gestern war es mal wieder so weit nein am mittwoch so rum also vorgestern war es mal wieder so weit die usa haben uns das biespuck geöffnet und ein paar einblicke in das aktuelle wirtschaftsgeschehen gegeben und weil das so wichtig ist dass es für die us zentralbank ein sehr sehr wichtiges buch wo wir sehen können wo sie sehen können wie sie sich aufstellen muss wie die wirtschaft gestützt werden sollte das sind wichtige voraussetzungen für die us federal reserve und natürlich auch für uns trader und aus diesem punkt blicken wir gleich mal in die aktuellen daten hinein zuvor jedoch auch hier der risiko hinweis der bitte ich in gänze zu kenntnis zu nehmen der handel mit devisen und cfds auf margen der kann zu verlusten führen wie geht es hier los wir gucken kurz für diejenigen die das zum ersten mal sehen was das biespuck überhaupt ist das biespuck ist der konjunkturbericht der usa er wurde 1970 ins leben gerufen und ist ein report über die aktuelle wirtschaftliche lage aus zwölf verwaltungsbezirken in den usa das heißt hier werden aus diesen bezirken wichtige wirtschaftliche personen befragt das sind banken und branchen experten unternehmenslenker und ökonomen was dann hier gemacht wird hier werden aussagen über ökonomische trends getroffen mögliche zukünftige herausforderungen werden aufgedeckt ja und das ist der punkt wo die förderer reserve dann halt auch liest was sie zu tun hat wie sie möglicherweise agieren kann um die wirtschaft weiter schön am laufen auch zu halten positive ergebnisse untermauern die wirtschaft das heißt das kann die us-wirtschaft stützen den us-dollar stützen und natürlich auch den index stützen negative auswirkung ist das gegenteil davon das kann negativ auf den us-dollar und natürlich auch auf die us-indizes wirken der us-offenmarktausschuss also die fomc nutzt diese ergebnisse wie schon gesagt für die entscheide zu aktuellen kurzfristigen zinsen beziehungsweise anderen maßnahmen wie die wirtschaft gestützt werden kann und das sehen wir ja auch immer wieder wenn die föderer reserve beispielsweise merkt dass die zinsen zu hoch sind und die wirtschaft leben dann werden die zinsen gesenkt ein klassisches einfaches beispiel aus diesem raum veröffentlicht wird das ganze hier wie immer im board of governors of the federal reserve systems hier auch einmal der link dorthin acht mal wird das ganze pro jahr veröffentlicht und zwar immer zwei wochen vor dem fomc meeting das heißt wir haben dann auch in kürze wieder anstehen das fomc meeting mit dem entsprechenden zins bericht und das ist ja auch immer wichtig für die märkte beziehungsweise für uns als traderinnen und trader solche events dann auch zum handeln mit zu nutzen schauen wir was die aktuellen zahlen hier an dieser stelle gebracht haben das heißt wir blicken hier wie immer zuerst auf die gesamtwirtschaftlichen aktivitäten wir sehen hier in den meisten bezirken oder generell es wurde gemeldet ein weiterhin moderates wachstum von april bis mitte mai das ist also ein sehr sehr positives zeichen wir haben hier eine weitere verbesserung gegenüber der vor periode das produzierende gewerbe berichtet positiv das ist ein gutes zeichen teilweise gibt es allerdings und das ist jetzt ein wichtiges zeichen berichte über abschwächung beziehungsweise unsichere aussichten das müssen wir an dieser stelle hier einfach mal mit hinnehmen es steht jetzt da das ist jetzt noch nichts was dramatisch ist aber wenn wir in den zukünftigen besprechungen merken dass sich sowas ausweitet das sind dann wirklich erste anzeichen dass gewisse herausforderungen kommen und das ganze sehen wir hier mit aufgeblägt oder aufgeschrieben wir hatten das ja in diesem jahr auch schon mal beispielsweise das thema der zollstreitigkeiten und so weiter und so fort danach wurde es wieder etwas besser im bereich der zollstreitigkeiten dann wurden auch die auswirkung davon wieder weggewischt also alles im normalen bereich hier an dieser stelle der wohnungsbau und der immobilienhandel also das thema real estate das legt er weiterhin zu aber und das ist jetzt auch wieder so eine sache die ist sage ich mal als erstes zu sehen noch nicht dramatisch aber es gibt mittlerweile große unterschiede in verschiedenen bezirken und das muss man so ein bisschen sehen es gibt halt bezirke da brummt und in anderen bezirken ist das ganze etwas verhaltener möglicherweise weil die preise zu stark zulegen oder 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 das muss man ein bisschen im auge behalten allerdings hier auch alles noch im grünen bereich was sehr wichtig ist ist das thema der konsumausgaben auch in den usa und da haben wir gesehen die entwicklung der konsumausgaben ist positiv aber verhalten ja das thema konsum ist wichtig auch das thema dienstleistung wir haben es ja diese woche gesehen auch bei den informationen zu den dienstleistungen aus den usa da wurden die erwartungen übertroffen also dieser sektor ist sehr sehr schön was bei dem thema kreditnachfrage interessant ist es war uneinheitlich also auch hier ein gemischtes bild aber im gesamten ist die kreditnachfrage weiterhin gewachsen mit blick auf die landwirtschaft sehen wir eine weiterhin schwachen sektor es gibt verbesserungen in einigen bezirken der ausblick bleibt stabil jedoch weiterhin verhalten also der landwirtschaftliche sektor hat es momentan sehr sehr schwer in den usa nächster punkt im bischburg ist das thema arbeitsmarkt und löhne ganz klar wichtiger faktor viele angestellte gute bezahlung halten die konjunktur am laufen deswegen hier der blick in diesen teil die beschäftigung sind hier landesweit gestiegen die arbeitsmarkt lage ist allerdings weiterhin angespannt und zwar nicht aufgrund der jobs sondern hier aufgrund der tatsache dass es weiterhin sehr sehr schwer ist hochqualifizierte arbeitskräfte zu finden das ist ja auch ein problem was die deutsche wirtschaft hat und das sorgt dann halt auch dafür dass es verbesserungen bei der lohnentwicklung gibt und hier noch beim lohn eins wichtig der druck darf nicht zu hoch werden das ist sonst schlecht für die unternehmen der lohndruck ist wir sehen es hier aufgedruckt allerdings gering der arbeitsmarkt in summe also weiterhin sehr solide das ist ein schönes gutes zeichen blicken wir hier dann im nächsten punkt auf die entwicklung der preise also das thema der inflation und da ist es ja immer wichtig wie die preissteigerungen sich verhalten und wie die unternehmen beispielsweise gestiegene kosten auch an die endverbraucher weitergeben können mit blick auf die preise sehen wir moderate preissteigerungen in den meisten bezirken in teilen allerdings ein schnelleres ansteigen der einkaufspreise das heißt die preissteigerungen bei den endpreisen fallen geringer aus das heißt die einkaufspreise steigen und die steigerungen am endpreis gleichen das ganze aber nicht so aus und das muss man auch ein bisschen mit im auge behalten wenn sich dieses ganze szenario verdichtet und langfristig so bleibt dann könnte sich das negativ auf die margen der unternehmen auswirken was dann wiederum schlecht für die wirtschaft ist soweit ist es allerdings noch nicht wir sehen es gibt auch preissteigerungen den endpreisen es kann also weitergegeben werden an die endkunden und das ist ein gutes zeichen der einzelhandel an sich berichtet nur leichte preiszunahmen allerdings sind die frachtpreise weiterhin angestiegen es wird viel transportiert und das sorgt dann dafür dass die preise hier auch mit anziehen mit blick auf die preissteigerungen bei den rohstoffkosten gibt es uneinheitliche berichte man sieht hier stahl und metallpreise sind in einigen bezirken gesunken in anderen bezirken berichten da gibt es berichte dass die sagen wir mal die rohstoffpreise doch relativ hoch sind also hier auch ein gemischtes bild die baustoffpreise inklusive holz sind in einigen bezirken ebenfalls gesunken was ja möglicherweise auf eine etwas geringere nachfrage zurückzuführen ist auch das muss man weiter beobachten das ist jetzt mal so die aktuelle lage an dieser stelle und bei den rohstoffen fehlen jetzt noch die agrarrohstoffe und die sind trotz den anstiegen bei einigen gütern historisch günstig also agrarrohstoffe sind weiterhin sehr sehr preiswert dem sektor geht es ja gerade auch nicht wirklich gut also das hier an dieser stelle die zusammenfassung die kurzzusammenfassung vom us konjunkturbericht hier kann man sagen der wirtschaft geht es weiterhin gut es wächst alles stück für stück wenn auch die bäume nicht immer in den himmel wachsen wir sind immerhin in einem sehr sehr späten zyklus der aktuellen wirtschaftsphase da verlangsamen sich bestimmte dinge auch das ist also hier ganz normal es gibt hier nichts wo man große sorgenfalten haben muss es entwickelt sich alles sehr vernünftig die zentralbank hat hier ihre hausaufgaben auch gelöst und stützt die wirtschaft stück für stück weiter und das ist das biesburg gewesen und wir blicken jetzt allerdings noch vom biesburg in die zeit hier in europa das heißt wir blicken noch mal kurz zum gestrigen ezb statement wir haben ja schon gesehen die zinsen sind geblieben wie sie waren da gab es keine änderungen aber in der pressekonferenz da gibt es doch immer wieder so ein paar dinge wo man ganz genau hinschaut ganz genau hin hört heißt also hier wir haben zum einen das thema leitzins was damit geschieht wir wissen ja er ist unverändert geblieben bislang galt es dass der leitzins bis wenigstens ende 2019 so niedrig bleibt mittlerweile haben wir die aussage bekommen es wird davon ausgegangen dass die zinsen bis mindestens mitte 2020 niedrig bleiben das heißt es wird immer weiter nach hinten verschoben die wirtschaft kommt nicht in gang und das ist halt einfach eine problematik die wir hier sehen die preise bleiben niedrig mein das ist gut für uns endverbraucher aber für die wirtschaft ist es einfach nicht gut wir haben durch die niedrigen zinsen auch die situation dass der bankensektor vor massiven problemen steht wer sowas mal sehen will schauen sie sich einfach mal den kurs von der deutschen bank an das sagt dann alles das heißt der markt hat einfach mit den niedrigen zinsen der bankenmarkt massive probleme die ezb möchte ja die banken hier in diesem bereich auch stützen das haben wir ja in den letzten sitzungen auch genannt bekommen es gibt da ein stützprogramm hier das nennt sich tlt ro 3 die banken sollen durch diese stützen mehr kredite vergeben können das heißt sie bekommen hier spezialgeld zu sehr sehr niedrigen konditionen gegeben das heißt die ankurbelung der bankgeschäfte der kreditvergabe soll durch diese stützungsmaßnahmen forciert werden die kosten hier für die base für die für die banken zehn basispunkte über den durchschnittlichen zinssatz für die hauptrefinanzierungs sätze hier im eurosystem also sehr 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 günstig das soll dann den bankensektor mit stützen und dann noch ein blick auf die entwicklung der eu konjunktur es gibt weiterhin die sorgenfalten die ezb ist aktuell das konnte man herr draghi gut entnehmen wenig zufrieden mit der entwicklung der eu konjunktur wichtigste stellschraube ist hier oder das wichtigste augenmerk ist die inflationsentwicklung und da kommt die eurozone einfach nicht wirklich voran und wir sehen es ja auch hier an den prognosen für die wirtschaftlichen entwicklung rund um die europäischen statements sind immer wieder sinkende zahlen die wir hier sehen wir haben sie auch bei uns in deutschland da gibt es senkungen der prognosen für das wirtschaftswachstum in naher und mittlerer zukunft also alles in summe ein bild mit doch wolken am himmel ist ja auch das was der dax momentan so ein bisschen spielt das also hier gestern von herr draghi aus der pressekonferenz und damit ist ja der blick auf die us-konjunktur und ein bisschen am rande europa zusammengefasst ich danke für die zeit an dieser stelle wünsche allen gute trades und wir stehen jetzt vom pfingstwochenende alles für allen eine schöne entspannte zeit um die pfingsttage ich hoffe der ein oder andere findet zeit zum ausspannen wir sehen uns dann am dienstag wieder zur klassischen marktbesprechung mit interessanten handelsideen wo bulle und bär sich im schlagabtausch befinden und uns gute chancen zum traden mit geben bis dahin allen eine gute zeit tschüss